Hallo Ladies! Wir haben uns entschlossen, noch einen Neuanfang des Neuanfangs zu machen auf einem Server, wo ihr darauf joinen könnt. Das heißt, ich baue mir ein Haus und versuche da meinen Überlebenskampf zu meistern. Und ihr könnt direkt neben mir wohnen, wenn ihr wollt. Ihr könnt neben mir einziehen. Ihr könnt alles machen. Ihr könnt mir auch hinterher laufen und mich verhauen oder sowas. Die Server-IP ist gamemogul.minecraft.de 25565 Steht in der Beschreibung noch drin. Betreten wir den Server erst mal? So. Haben wir hier schon eine schöne Fläche ausgesucht, wo wir bauen. Und hier sind halt auch Supporter und Admins. Und die Admins, die bauen da hinten gerade irgendwas schönes, tolles. Und die können euch, wenn ihr so anschreibt, im Chat Permissions geben, damit ihr eure Häuser, damit ihr euer Grundstück kriegt und anfangen könnt zu bauen. So. Jetzt brauchen wir erst mal Holz. Weil wir haben ja noch gar nichts. Ne. Gar nichts. Holz, Holz, Holz. Hier geht's runter. Da gibt's Holz. Na, mal gucken. So. So. Eins, zwei, drei, vier. Werkbank. So. 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 so jetzt dürfen wir noch holz haben ich nehme gleich eine pflanze mit damit ich die damit ich bei mir oben auch ein paar bäume pflanzen kann da stehen irgendwie nur bünen gebt mir eure samen also baum samen ok und weiter so jetzt die werkbank erstmal wieder hoch wir verzichten heute mal auf dieses holzwerkzeug und gehen gleich zum steinwerkzeug über so das ist doch eine schöne ecke würde ich sagen können wir schönes haus reinbauen hm wollen wir das haus hier so rein oder da so rein so so wissen ich nicht erst mal die werkbank öffnen nee erst mal den stein klopfen stein 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 so so super so tropenholz bretter genau wir bauen unser haus aus tropenholz bretter das ist doch cool das ist doch cool und eine tropenholz bretter machen ist denn eine tropenholz bretter axt cool und eine tropen links schaufel so 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 eine picke so und jetzt wird erstmal ordentlich boah ist fast dunkel schnell einbuddeln bevor die monster kommen ein bisschen zu viel zeitgelassen jetzt verdammt verdammt hoffentlich schaffe ich es noch bevor hier ein creeper oder ein zombie kommt so 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 wir haben noch kein bett uiuiuiuiuiui so 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 ob jeder von den admins vielleicht ein bett geben kann ich frag mal Könnt ihr mir ein Bett geben? Mal gucken, was antworten. Das ist mein Server. Die supporten eben los. Also, ich denke mal schon, dass wir mir ein Bett geben können. Dann kommt schon der Erste. Darf ich vorstellen? Kill Tendu. Kill the end number one. Und... Unnamed. Oh, ein Bett. Okay. Super. Inhauen, bis das Tag wird. Warum muss ich jetzt nicht euch Tag aufstehen? Weil es ein Server ist, ne? Und beim Server bleibt es am Tag. Oder... 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 Verdammt. Das nützt mir bitte ja auch nicht. Hm. Komm, wir haben einen Hohn. Dann müssen wir uns im Dunkeln auch... Also, äh... Dann können wir nicht einfach schlafen gehen, wenn es hell ist. Hier auf dem Server ist... Schicht im Schacht, wenn es dunkel wird. Da musst du gucken, wo du bleibst. Finde ich aber auch irgendwie interessant. Also, da hat man jetzt nicht wohl... Da hat man jetzt die Nacht überstehen muss. Sonst hat man die Nacht mal einfach übersprungen. Okay. So. So. Nils Drücker hat's joint zu geben. Yo. Hi Nils Drücker. Man nimmt mich GameMogul. So. Und unsere Werkbank. Hier. So, ich brauch jetzt ne Tür. Uiui. Uiui. Die gibt's noch nicht. Tür. Auf. Tür. Zu. Fein. Nie fein. Nie fein. Nie fein. Oh, Mann. So. Holz. Kohle. Kohle. Ich brauch Kohle. Ganz viel Kohle. Und ich Fackeln bauen kann. Ah, ist mein Werkzeug kaputt. Verdammt. Aber jetzt kann ich mir ein neues aus Holz bauen. Holen wir kurz mal unsere Werkkiste mit rein. Die brauchen nicht draußen rumstehen. Das war ein Creeper. Das war ein Creeper. Der hat uns jetzt überrascht. Der hat uns jetzt völlig überrascht. Ist er in die Luft geflogen. Hat mein halbes Haus niedergerissen. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Verdammt, verdammt. Was ist er hier hochgegangen? Die Saudi. Die. Jetzt regnet es immer noch, klar, jetzt kommt ein Creeper, macht ein Loch, jetzt kommt ein Regen, macht Schlamm ins Loch und ich steh drin. Das ist wieder typisch, das passiert wieder nur mir. So, keine Reihe, die Erde wieder aufnehmen. Das ist wieder typisch. Das ist wieder typisch. Die können ja hier unten auch noch einen Zugang machen und besser als Keller nehmen. Was soll ich mir denn so? Die Keller ist gerade drunter. So. 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 Die Leute haben uns auch kaputt gemacht? Naja, das ist ja alles kaputt. Oh, die Schickers. Ob man da zwei Türen reinbauen kann? Bestimmt! Sehr cool! Yo! Yo! Geil! Das ist cool! Das gefällt mir! Jetzt kann ich ja aus mir ein Holzwerkzeug bauen. Sechs Stäbe haben wir noch. Steingartzeug meine ich. Ich brauche nur in erster Linie erstmal eine Kippe. Das reicht doch. Und vielleicht noch eine Schaufel für Dreck. Ich brauche nur in erster Linie. Ich brauche nur in einem Server spielen wollen. Könnt ihr das machen? Schöne... Vielen Dank.